Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Sea of Thieves mit Walkie und Larry. Wir sind gerade dabei, unser Schiff ready zu machen und ich bin auch baden gegangen. Da sind nur drei Holzbrenner oben. Ah, der Walkie wurde beim Ramba geschult, ja? Ja. Kennst du dich jetzt richtig krass aus, ja? Wenn das gut gemacht. Angebote durchstöbern. So, was nehmen wir denn mal? Oh, man kann so einen krassen... Fernrohr. Was bringt denn die Sachen, die man hier kauft? Das ist ein haste Fernrohr. Neues. Ist das besser? Sieht anders aus. Das sind Skins. Das sind alles nur Skins eigentlich. Ach, warte. Wie viele Karten hast du jetzt? Ich habe... ...noch drei Karten. Eine Schatzsuche und zwei vom Handelsorten. Zum Händlerbund. Mhm. So. So, mehr kann ich nicht annehmen. Wo sind denn hier noch so, ähm... ...so Holzbretter und so? Nee, den muss man in den Küsten vorbeigehen. ...leer. So. Juhu. Hua! So. Bin drüben. ...für was stimmen wir? Für das, okay. Auf... ...Shipwreck.de ...so. Das heißt... ...Shipwreck Bay. Was ist Shipwreck Bay? Shipwreck Bay. Shipwreck Bay. ...Shipwreck Bay. Smuggler's Bay. Hä? Da. 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 Und die andere, Insel? Crooked Mests. Mests. Da. Nee. Crooked Solo ist es nur... ...Frooks. Woaah. Crooks. Hm. Hä? Sind wir blind? Crooks. Hallo? Nee. Da. 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 Neben Shipwreck. Neben Shipwreck rechts. Da. Da. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt... ...nach Norden. Nach Norden, okay. So, dann mal Anker, ne? Achso. Soll ich Anker? Der ist schon oben. Oh, der ist schon oben, ja. Das merke ich auch gerade während wir fahren. Ja. Los, ab nach Norden. Uff, jeez. Ist es das direkt vor uns, theoretisch? Nein. Hallo, Hannisse. Na? Ne, das ist Snake Island. Nein. Okay. Wir müssen theoretisch an zwei Inseln vorbei. Dann fahren wir ein bisschen mehr links, weil sonst fährst du direkt in die andere Insel rein. Das tun wir gleich, wenn keiner was macht. Ja, so ist okay, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen nach links. Sonst schlagen wir an. Ja, noch ein ganz kleines bisschen. Wir fahren links, 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 links. Ich gehe schon mal nach unten. Ist jetzt gerade, 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 gerade. Easy. Und jetzt nach rechts. Haben wir es geschafft? Ja. Ich stand schon unten mit dem Brett. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Kümmer dich mal um die Segel, Anni. Jetzt wird er gerade. Hä? Hä? Was denn? Jetzt. Geht's wieder nach links? Ein bisschen. Kommt in die Insel. Bist du wieder auf Norden? Bist du wieder nach Norden zeigen? Ich habe nur Norden gesagt. Wohl, warte mal. Bleib mal, bleib mal so. Fahr noch ein bisschen mehr nach Nord-Osten. Ja. Da hat's erstmal nix vor uns, theoretisch. Da ist ein Schiff vor, vor einer anderen Insel. Ja. Klein oder das ist großes? Groß. Da, wo wir hin müssen. Und du? Bekämpfen wir die? Hier könnten sie vielleicht auch nur zuviert sein oder zuviert sein. Andererseits, wir haben noch nichts auf dem Schiff. Wo sind die denn? Vielleicht sind sie ja, schau. Ja, vielleicht sind sie weg, wie wir da sind. Wir waren da zwischen den großen Kreisen. Oh, sorry. Ob man, macht man im Singleplayer alles alleine oder hat man Computerdinge dabei? Also ich glaube... Es gibt kein Singleplayer. Du machst alles alleine. Achso, so doch machst du immer weg. Ja, ja, du hast aber ein kleineres Boot. Eine Schalubbe. Müssen wir jetzt zwischen den Felsen da durch, oder was? Geh doch mal runter, Anni. Haben wir eigentlich die Kanonen schon geladen? Ja, halt, wir müssen jetzt Richtung Nord. Oder so, wie wir halt fahren, ist auch okay. Aber die Kanonen sind doch schon geladen. Da ist ein Fotenkopf. Links. Oh, da hinten ist ein Raid. Wir müssen jetzt irgendwas machen, sonst fallen wir gegen Felsen. Ja, mehr... Ja, das ist doch eh schon hier, oder nicht? Sieg. Sieg mal die Schuhe. Also theoretisch sind wir richtig. Okay. Kannst du Anker ziehen. Jetzt nicht. Sollen wir sind auch nach rechts. Also böse. Ja, die heißt nicht umsonst so. Ja. Junge. Fertigmachen zum Aufprall. Nee, noch ein bisschen links. Links. Äh... Ich würde sagen Anker ziehen. Gerade und Anker ziehen. Bist du gerade? Okay. All right. All right. All right, der bleibt am fort. Auf Schickröhe liegt er. Was ist noch ein Kostblattrohr vom Sande verdeckt? Ähm... Was denn? Wir haben noch nichts. Klar. Karte entdeckt. Hey, hier vorne ist ein Schatz, oder so. Wo? Ach nee, nur ein Pulverfass. Wäre aber trotzdem gut, oder nicht? Auf diese Insel mit Musik und Gesang kommen Skelette irgendwo. Auf diese mit Musik und Gesang machst du an der ange... ...schweinten... Angeschwemmten. Angeschwemmten Boje am Ufer des Süden großen Fang. Verlass das Ding das Schiff, ey. Ich hole mal die eine Dings hier. Süden. Angeschwemmte Boje. Da. Pulverfass. Habe ich das Pulverfass? Ich finde die über... ...das überkreuzten... ...Rippenknochen im Schatten... ...des höchsten Gipfels... ...und versammle die ganze Meute. Ich habe sechs Schritte gegen Nord... ...Nordosten... ...und du findest reichte Beute. Alright. Hast du was? Okay. Ja. Wo ist er denn, dieser Bock? Hier? Nicht hier. Hier ist er. Ja, da. Da bist du. Oh, das ist eine gute Kur. Guck mal, hier sind Schweinchen und Hühner. Geht schon besser. Was war das? Ja, wir haben hier nur Skelette. Achso. Schenkst du mal die Truhe weg? Ja. Danke. Ist ein Spiel an Bord, ja. Ja, me. Ich sehe das Pipp. Goll. So doof, ey. Was siehst du? Ja, ich... ...hab fragt, ob jemand auf dem Boot ist. Schiff. Da hab ich gesehen, dass du da bist. Auf dem Bödschen bin ich. Weil ich das glänzende ist verhindert. Achso. Ich stocke dich. Siehst du? Sieht so richtig unrealistisch aus, wie du da schwimmst. Und wo ist Walkie? Der ist noch auf der Insel. Ich wollte noch kurz, wohin stand. Auf welcher... Let's... Oh, wir können wieder die alten Leute suchen. Sunken Grove. Sunken Grove. Ich schau mal unten. Ja, und jetzt... ...auf the Crook Mests. Sunken Grove. Da. Ja, dann würde ich jetzt the Crook Mests nehmen. Das sind wir. Ach, äh... Ne, wir sind Shipwreck Bay. Achso. Ja. Da sind wir in... Ich. The Crook Mests. Und dann hoch zu the Sunken Grove. Diese Leute da... Die Skelette da nehmen. Und dann zum Outpost. Ja. So machen wir jetzt. Arrrr. Arrrr. Also Richtung... Südost. Ich mach schon... Ähm... Lande. Was passiert? Wie kommen wir hier eigentlich raus? Segel hoch. Segel hoch. Anni, guck doch mal nach vorne. Segel hoch. Ja, wir müssen jetzt irgendwie sliden. Segel links. Jetzt stark nach, äh, links. Segel links. Oder so. Oder so. Jetzt? Segel? Ja. Got it. Was hat man heimlich unterschrieben? So. Äh, der Shark hat... Der Shark hat beschrieben, was... Genau, lasst die Rettung... Äh, Rettungstrobe runter. Und dann hat er... Der Shark hat dazu geschrieben, die Mods zuletzt gehen. Geht so ein kleines Druck. Und dann hat Strobel erstmal nachgeguckt. Ähm... Wir müssen jetzt nach... Ost, 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 Ost. Ja, wir kriegen. Ja, wunderbar. Ihr seid ja sehr lieb im Chat gerade. Ja, wir sind gut im Kurs. Anni, das sind deine Mods. Du hast sie erzogen. Ja, ja. Wir müssen doch nach rechts. Vor allen Dingen, ich hab sie erzogen. Den Rammervertrag hab ich nicht abgeschlossen, Nathan. Das weißt du nur noch nicht. Wir müssen doch nach rechts. Sonst muss die Anni unter Deck. Rechts. Ja, sag doch feißen und nicht einfach recht. Aber die Richtung stimmt. Ja. Die Richtung ist sehr gut. Wenn das die Insel vor uns ist, die ich denke, dass es sie ist. So langt. Moin. Ach, du den Anni-Sklaven-Vertrag hast unterzeichnet. Na dann. Okay, der Shark. I see you. Is das da vorne das jetzt hier oder was? Verscheinlich. Ja. 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 The Crookers, the Krook nests. Sä. Ja. 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 So langt. Ja. Wir haben zwei Schiffe links, aber... Sollen sie mal. Alrighty. Alrighty. Kann man da überhaupt irgendwie hochkommen oder so? Ja. Ja, was ist denn heute? Herzog. Äh, Kuroi. Scheiß Name ey. Heute ist Sonntag. Ja und? Hahaha. Mehr nach links? Ja, es braucht ein bisschen. Wann Anke? Wann? Jetzt oder? Ja warte, wir müssen doch erstmal irgendwie draufkommen auf die Insel oder nicht? Na gut, dann mach. Es ist zu spät. Ja, sagt wann? Dann jetzt? Was sagt der Kapitän? Ja. Wieso bin ich Kapitän? Weil du am Steuer bist. Dann ja. Das süßes Ding nicht kaputt geht, ist ja unglaublich. So. Tag des Herren Frauchen. Mit Sicherheit, Kuroi. Mit Sicherheit, das ist der Tag des Frauchen. Ja, wer geht jetzt noch mit? Ich bin... Kirche, ich muss mal brennen, wenn ich da über die Schwelle ziehe. Ja, okay. So. So. Die weiße Flagge ganz weit oben bringt ein kostbares Geheimnis. Grab sieben Schritte in den Norden und du findest es. Auf nach oben. So, aber an alle, die jetzt gerade hier über YouTube zuschaut. Wie es jetzt weitergeht, werdet ihr in der nächsten Aufnahme sehen. Also, bis dahin. Tschüss. Die sincerer Torale Vrinds. Dir jogar Choux. Mästelen Sä Georgesäu. Soon, wenn man sieistling, auch jetzt erикаsiteer. Which15-tv Namast. Reichtigt wird der Kräger. Untertitelung des ZDF, 2020